Die Zeit ist gekommen für das geringste Appenzeller-Geheimnis. Und zwar, ich lüfte das Geheimisfall um den Käse. Wenn man das kommt. Die Appenzeller machen ein sehr grosses Geheimnis. Darum das Rezept ist das Geheimnis. Ich habe lange recherchiert, ich habe es sonst auch gefunden. Und zwar, ich werde schnell aufstehen, wenn ich das hier schnell kann. Nimm mal, du bräuchst sonst mal das. Und zwar, um das zu demonstrieren, wie das geht, wir bräuchten das. Und ich habe hier ein paar Zutaten. Aber man braucht einen Appenzeller. Ist es ein Joghurt oder ein Naturjoghurt? Milch. Ein griechisches, genau ist wichtig. Aromat, oder? Heier. Und das habe ich vorher auch noch gesehen. Aromat ist auch ganz wichtig, genau. Und Schnaps. Grappa, quasi. Brauchen wir auch noch. Haben wir da übrigens einen Löffel? Ah, perfekt. Ja, genau. Was müssen wir machen, oder? Zuerst Milch nehmen, das wisst ihr wahrscheinlich, oder? Wie bei jedem Käse, gell? Joghurt. Schweizei, wichtig. Nichts vergesst du bei jedem Appenzeller Aromaten. So. Sieht doch schon fein aus, nicht? Und Schnaps. Da ist noch etwas Grappa drin. Das Einzige, was wir machen müssen, ist das Ganze. Nehmen wir noch mal den Zündhalzchen. Kurz flambieren. Genau. Achtung. Ach, doch, das war dein Versteig. Ja, du hast den Versteig. Ja, du hast den Versteig. Jetzt geht's schon mal. Ach, das war ein Versteig. Ach, das war's nicht so gut. Ich habe die Versteigungen. Happy Birthday. Ja, ich weiß nicht.